na dann werden wir mal hier weiter ohne Tess tja krasse Sache wir sind jetzt mit Elli auf uns allein gestellt und müssen uns hier weiter durchschlagen da liegt auch was ok warum schleichst denn du he he ok hier kommen wir nicht weiter also sind wir gezwungen die andere Richtung zu nehmen ja Mensch ich hab zwar noch die leise Hoffnung dass Tess überlebt aber hm wir gehen hoch da kommt man vermutlich raus oh oh ich glaub Tess hat da ordentlich Probleme war naja hm 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 oh oh scheiße die haben sie echt gekillt scheiße sie werden bald hier sein naja schön wir sind durch scheiße ja fuck fuck die frage ist äh ja wo müssen wir hin ne ok da gibt es jede menge Ausrüstung oder alles einpacken alles mitnehmen so die kommen jetzt hier nicht gleich hoch hätte ich jetzt nicht so den Bock drauf hier mit den ganzen Bullen da anzulegen nochmal fünf Pillen sehr schön noch mehr hinter dir noch mehr hinter dir hä da liegt noch mehr danke Ellie so viel Verbandszeug das zeugt nicht gerade wahr nicht schubsen echt krass ja echt krass kann man so sagen damit hat sich äh meine Theorie auch erledigt so nach dem Motto Tess überlebt okay was haben wir hier hm schön neue Waffe Jagdgewehr ja die nehmen wir mit ja die sind immer noch da ja was machen wir ja was machen wir noch Scheiße Scheiße fuck 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 äh ok so lange die da bleiben ist das ja halt in Ordnung war nur wenn sie jetzt hier oh man so wir gucken mal mal könnten wir noch kein Messer herstellen scheiße oh oh ja fuck 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 lass den Kopf unten weg hier weg hier deckung 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 das lief ja nicht so gut uuuuua ja los zeig dich endlich trau dich trau mich aber nicht ok ich sehe in diesem Bereich nach du im Flur nachschau wo zum Teufel sind sie hin wo zum Teufel sind sie hin tui mal da schön hin da bist du genau richtig so schlafen Zeit schon was dabei gehabt ne na wo ist er so da ist einer der heht da wieder rinnen der andere bleibt da auch da hinten ok hei 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 wo ist der Typ dann komm mal her ne nicht da rin jeden müssen doch zwei sein hm hm ok da kommt wieder wa ne oh hä hm noch mal ein bisschen defensiver ranieren an die Sache da denn war da denn waren auch zwei Typen müssen doch hier noch rumrennen da kommt er ja ja komm mal her nee nicht da suchen hm 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 zu kommen und jetzt geht er ins vorn aus lang sichert die treppe wir kriegen sie schon und weg noch mal ein blick werfen jetzt scheinen sie wesen zu sein oder auch nicht halt da ist noch einer ich soll sagen dass da noch einer ist und was macht der da außer hin und her laufen ok da läuft muss hin und her mal lieber hier nicht durch das glas latschen war könnte man vielleicht hören so schlaf schön so das scheinen sie wesen zu sein ok zeit für ein wenig umschauen aber scheinbar gibt es hier nichts nicht nur ein stein war den können sie behalten also ich gucke lieber noch mal aber ich denke das waren sie zu holen gibt es aber auch nichts gucken wir mal hier noch mal so ein bisschen rum und dann der hatte auch nichts bei gut oder auch nicht das ist natürlich warm das waren aber bestimmt noch nicht alle so wollen wir mal ein knüppel mit nehmen wir nehmen mal ein knüppel mit wahr oder können wir wahrscheinlich auch nicht weil wir voll sind oder doch da geht es dann schon tief runter ok ok was machen wir wie kommen wir hier raus ok wir müssen durch den gang ok ich weiß nicht wie viele sind im moment noch ja kina hm 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 ' hm Alter, da lag noch mehr. Oh oh. Okay. Da ist schon mal Ena. Oh Gott. Oh Gott. Ja, es ist mir noch egal. Ach du Scheiße. Weg, 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 weg. Deco. Fuck. Ich muss hier weg. Problem ist, muss wohin, ne? Hier ist er! Na ja, komm mal ran. Oh Gott. Na, dauert der nachladen ewig. Na komm, steck dein Grinsen raus, du Fohl. Ja, Mann getroffen. Im Arsch, jemals. Ich muss gucken, ob hier noch welche sind. Ich muss gucken, ob hier noch welche sind. Elli steht hier ganz entspannt daneben. Ich muss mir erst mal heilen. Alter Schwede! Okay, das scheint es aber gewesen zu sein. Habt ihr irgendwas bei ihr habt? Natürlich nicht. Ja, das war nicht so optimal, aber die kamen ja lustig, lustig alle auf einen Haufen, wie immer. Habt ihr da echt nichts bei gehabt? Scheiße. So, ja, mal gucken. Können wir uns noch ein Medipack? Jetzt können wir erst mal noch ein Messer herstellen. Das ist schön. Jetzt haben wir ein Stück, kann man davon achkommen? Dann machen wir gleich neu eins. So, Messer herstellen. Okay. Den Molli, den Molli spare ich mir mal. So, gut. Ah, hinten rennen auch noch welche rum. Das ist also noch nicht safe hier. Da ist er. Ich glaube, das ist ja eins hier. Oh, nee. Mehrere. Haha. Natürlich, mehrere. Frag ich. Frag ich eigentlich. Die kommen auch noch auf den Haufen, ey. Scheiße. Wo steckst du bloß? Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wa? Der geht raus. Der andere ist da hinten. Das ist alles nicht so optimal. Okay, der kommt wieder. Mensch, Ellie, mach keinen Scheiß hier. Also hier ist die ungünstigste Position, wo man ihn sich schnappen kann, wa? Verdammt, wo ist diese Harte? Wow, echt knapp. Hm. Ich glaube, hier ist die beste Möglichkeit. Sich den dazu schnappen. Fuck. Ich glaube, hier sind wir am Arsch. Aua. 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 Lass mich ran. Lass mich ran. Boah. Puh. Heilen. Alter Schwede. Puh. Ohne an der Knüppel kaputte Gang. Aber es gibt echt wenig Sachen hier, wa? So, das muss man mal sagen. Es ist nicht, nicht gerade reichlich hier, was man hier so findet. Hier lag zum Beispiel überhaupt nicht drum. Also hier hat ein Stück Lenz, nix, nada null. Können wir da drüben nochmal rin gucken. Ich glaube, da waren wir noch ja nicht drinnen. So.